Oft gehen Mobber ja ausgesprochen subtil, manchmal sogar richtig strategisch vor. Was kann ich als Betriebsrat denn tun, wenn jemand dann zu mir kommt und sagt, ich werde gemobbt? Was sind die ersten Handlungen? Dazu nachher mehr. Schachmatt dem Mobber, geht das überhaupt? Was mache ich als Betriebsrat denn als erstes, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er würde gemobbt? Schachmatt dem Mobber, das klappt. Es gibt eine komplette Anti-Mobbing-Strategie. Aber die beginnt damit, dass wir am Anfang nicht fürchterliche Fehler machen. Und damit, dass wir die ersten Schritte richtig einleiten. Gehen wir mal darauf ein, was sind denn Fehler, die gleich zu Beginn passieren können? Erstens, als Betriebsräte sollten wir zwar mitfühlen, Einfühlungsvermögen zeigen, sollten wir zuhören, aber nicht mit jammern. Das nützt dem Mobbing-Betroffenen überhaupt nichts. Es nützt auch nichts, wenn wir hingehen und gleich sagen, Mensch, da haben Sie recht, ich kenne den Typ. Der Mobber, das ist ein ganz fürchterlicher Typ, das weiß ich. Ja, klar haben Sie recht. Wenn wir von Anfang an verurteilen, das ist eine Position, aus der wir nie wieder rauskommen, wäre also in jedem Fall auch falsch. Bitte auch nicht in den Stress verfallen, gleich die tollsten Ratschläge zu geben. Auch nicht von sich selbst erzählen, ich habe auch schon erlebt das. Nein, brauchen wir alles nicht. Die ersten Schritte sind völlig andere. Die ersten Schritte sind erstens zuhören, Empathie zeigen, Einfühlungs- und Eindenkungsvermögen. Das zweite, sofort schauen, ist jemand schutzbedürftig? Ist es so, dass derjenige, der vor mir steht, in einer psychischen Notsituation ist? Das heißt, dass er kurz vor dem Zusammenbruch ist. Das zeigt sich zum Beispiel an Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Fehler am Arbeitsplatz und einer erhöhten Gereiztheit. Das sind die ersten Schritte, die wir unternehmen. Und dann überlegen wir gemeinsam mit dem Gemobbten, was wir jetzt unternehmen. Aber am Anfang zuhören, nicht mitjammern, nicht verurteilen und ganz nüchtern prüfen, was wir tun können, damit der Gemobbte nicht in eine weitere psychische Notlage gerät. Das kann der Betriebsarzt sein, das kann der Hausarzt sein, das kann eine Selbsthilfegruppe sein. Und es kann auch manchmal sein, dass er für ein, zwei Tage krankgeschrieben wird. Und brauche ich als Betriebsrat denn einen schriftlichen Auftrag, um für den Gemobbten aktiv zu werden? Das wäre optimal. Das ist das eigentliche Ziel. Wir leben nicht davon, immer nur zuzuhören, sondern auch konkret zu handeln. Und zum Handeln brauchen wir einen Auftrag, ein Mandat. Denn es geht ja darum, dass wir dem Gemobbten Dinge dann empfehlen, wie beispielsweise das Konflikttagebuch zu führen. Es geht darum, dass wir im weiteren Verlauf schauen, dass er eine Aufstellung macht der Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten und eine Draufsicht gewinnt über seine Situation im Team. Aber das alles funktioniert nur, wenn er zu uns sagt, okay, bitte helfe mir. Und schriftlich sollte es möglichst deswegen sein, weil ich aus meinen Seminaren oft genug erlebt habe, dass Betriebsräte auch, ja, ich will nicht sagen missbraucht werden, aber doch in eine Position hineingeraten, in der der Gemobbte am Ende sagt, ich habe dem nie was gesagt, dass der für mich aktiv werden soll. Einverstanden? Das ist nicht leicht, diesen schriftlichen Auftrag zu bekommen. Aber dem Kollegen einfach sagen, wenn ich dir helfen soll, dann machen wir Nägel mit Köpfen. Das bedeutet, wir haben einen klaren Auftrag und ein klares Vorgehen. Und deswegen bitte ich dich, damit in deinem Sinne auch etwas passiert, gib mir den Auftrag. Wenn der Auftrag da ist, können wir loslegen. Und eins ist mir noch wichtig, bitte immer auch im Verlauf an die juristische Beratung denken. Mobbing, das ist oft schwer nachweisbar. Mobbing, dazu brauchen wir kompetente Rechtsanwälte, die die entsprechenden Paragraphen im Strafgesetzbuch und im Zivilrecht kennen. Das geht aber alles nur, wenn wir den Auftrag haben. Und warum soll ich nicht gleich mit dem Mobber reden? Das denken viele Betriebsräte. Und natürlich, das ist auch ein vernünftiger Gedanke. Denn wir wollen fair sein. Wir wollen ja nicht dem Erstbesten gleich glauben und sagen, da hast du recht. Aber Vorsicht! Wenn wir uns so verhalten, dann hat der Gemobbte zu Recht Angst. Um Gottes Willen, wie wird der Mobber jetzt reagieren? Ausnahmsweise ist es richtig, mit diesem Schritt, mit dem Mobber zu reden, etwas zu warten, mehr über die Situation zu erfahren, um so auch kompetenter auf den Mobber zuzugehen, gerüsteter auf den Mobber zuzugehen. So gewinnen wir das Schachspiel gegen den Mobber. Es gibt eine komplette Anti-Mobbing-Strategie und die besteht aus vielen Paragraphen. Die besteht aber auch aus der richtigen Kommunikation mit dem Mobbing-Betroffenen und dem Mobber selbst. Und das alles lernen wir in Mobbing 1. Das ist das Seminar der WAF. Ich bin Referenz der WAF und würde mich freuen, wenn ihr auf dieses Seminar kommt und noch mehr über die Anti-Mobbing-Strategie erfahrt.